liebe leute von heute wo gehen wir jetzt sagen die weiter hier war das hier ja ach wir müssen jetzt über diese brücke da rein am besten ohne zu sterben bei dem oh man oh man der ist voll gepanzert oh man relativ souverän wir haben zwar nur den kopf aber ich weiß daher so wie das blau wird das hat erhaltens matrix da müssen wir gucken verlängert die lebensdauer des akkus ja aber auch 66 g leiser natürlich nachher den haben wir ja auch ja ich weiß wie es so wie im ersten zeit nachher ändern wo ich dann hier hunderttausende kopfteile habe aber nicht einmal meine brust aufwerten kann so ungefähr da oben ist was wie kommen wir dahin ich werde hin schocker drohne da sollte ich ja hingehen das sind uns den fahrstuhl nehmen wir sind da wir sind genau da da wo ich mein finger drauf halte ich weiß ich bin galgenvogel die musik reden wir mal mit den leuten endlich zeit für vergeltung hast du in downtown diesen zwielichtigen russischen doktor getroffen ich glaube ja das ist ein kleinkrimineller aber der weiß wie man an den scannertoren vorbeikommt die aid überall in jericho installiert hat offenbar hat er die richtigen kontakte was auch immer das heißen soll das ist wirklich schon so weit gekommen in meinem leben weißt du dass ich mal Buchhalterin war in der zentrale von kreo doch nach diesem ereignis ist die ganze welt zum teufel gegangen so viel zu unserer aufgeklärten gesellschaft jetzt heißt es fressen oder gefressen werden ich weiß wie ich mich entscheiden würde und du bahn bahn techscrap empfangen cool anfangs kostet dich die hand was ist das denn interagieren da will ich jetzt gerade nicht mit interagieren pech gehabt neuling ich brauche keine rekruten mehr für diese monster jagd und jetzt verschwinde bevor ich wütend werde es gibt noch eine menge zu planen gestern abend blue sparkle probiert hab dich vorher noch nie in seaside court gesehen na wie gefällt dir das wieder eröffnete shopping center von jericho city die echten geschäfte haben schon vor langer zeit dicht gemacht jetzt muss man sich ein bein ausreißen wenn man hier noch was bekommen will äh ich ich hab das jetzt nicht wortwörtlich gemeint okay man weiß ja heutzutage nie ob man mit einem von diesen irren redet die die leute zerhackstöcken mein mann hat sich mit g-frank infiziert dem geht es wirklich nicht besonders gut naniten bilden sich überall auf seinem körper und höhen ihn stück für stück aus aber wir geben nicht auf deshalb bin ich hier ich muss ein wenig verpflegung auftreiben irgendwie okay was haben wir hier so hier kann ich meine waffen auf jeden fall nicht benutzen aber da gibt es einen haken damit würde ich da hoch kommen da komme ich gerade nicht hoch was ist das hier für einer hallo kann ich auch mit euch reden mit euch kann ich nicht reden hier ist ein x beim x ist der schatz da kann mit dem kann ich auch nicht reden den auch nicht lill jones waren ne was steht da lill jones ware vom terminal set ok da gehe ich noch nicht rein was ist das import export wollen sie etwas kaufen ich würde ihnen ja gern ein angebot machen doch mir sind die hände gebunden hände gebunden selbst nach dem ausbruch dieser furchtbaren defrag seuche habe ich meinen mitbürgern geholfen so gut ich konnte ich habe die schmuggelware der hüter des funkens für ein apel und ein ei verkauft innerhalb kürzester zeit war ich bis über beide ohren verschuldet also habe ich mir etwas geld von einem netten jungen gentleman geliehen ich hätte es besser wissen sollen letzten endes war er nur ein kredithai und ich leichte beute aber ich bin keine naive alte schachtel wissen sie ich weiß wie der hase läuft seine drohungen werden jeden tag unverschämter schon bald wird er es auf meine enkel abgesehen haben sind sie sicher ich kann ihnen für ihre mühen nichts anbieten nicht einen penny wenn sie wirklich meinen sie schaffen das dann suchen sie nach einem kerl namens finn und sagen sie ihm dass miss fox sie schickt er wird dieser tage den großteil seiner geschäfte in port nixon machen ich habe schulden bei ihm 2000 tax wenn sie diesen schuf dazu bringen könnten mir meine schulden zu erlassen kann ich vielleicht wieder neue wache organisieren aber ich muss sie warnen finn ist ein mit allen wassern gewaschener geschäftsmann er wird versuchen ihnen alles abzuknöpfen was sie haben ok ihre sorte kennen sie haben in den minenkriegen gekämpft oder wir haben so viel verloren auf beiden seiten und wofür das ist ja schon mal gut nehmen sie leute wie sie haben schon genug durchgemacht das heißt die hilderkund geschichte von meinem charakter bringt mich wohl ein bisschen weiter was haben wir hier er hat energie von feindlichen treffern ohne brille und eine wütze aha guck mal das set zählt für alle bonis das heißt cool wenn ich das nehme kann ich damit damit die kann man sich kaufen das ist auch cool schema brustmodul angel okay habe ich den nicht den a modul habe ich glaube ich wird ein akku gefüllt okay das sind um die zählen ja das ist klar brustmodul 8 nightfall erhöht die angehörter schwindigkeit und schlagkraft beim einsatz jeder queerwaffe von typ codename ok codenamen habe ich noch nicht coole sache ich glaube ich hole mir mal die hier kann ich auch oh verkaufen kann ich auch hier ok für tausend techscrap ne gift brauche ich wahrscheinlich noch den lasse ich wahrscheinlich auch nochmal die lasse ich glaube ich nochmal alle so ein bisschen ok was hat der toll ich kann mit dem bongo spielen tolle sache ok das heißt ich gehe jetzt erstmal zum midi bay neuer midi bay freigeschaltet zack zack guck mal ich hab hier nightfall armodul habe ich da habe ich jetzt zwei erhöht den schaden ich brauchte den 6er bonus das wäre besser die kopf habe ich davon angelegt die arme habe ich davon erhöht die menge keine akkukosten 64 verteidigung sie haben nur 16 verteidigung also ich habe sowieso nicht genug um die herzustellen war mir klar die haben wenig wesentlich weniger oh manno ok gehen wir mal hier gucken das können wir nicht aufbessern die auch nicht naja nicht schön naja kann ja gar nichts aufbessern ja aber dann gut ok modul aufwenden oh ein plattatslot freigestellt das ist ja toll mehr ausdauer bitte ach so ja das haben wir so das haben wir was ist das denn ach so die ist die flucht gelungen ja schemater also kann man sich auch schematers kaufen das ist doch schon mal gut ich habe jetzt nochmal vier frei kann ich da jetzt nicht nochmal irgendwie den brauche ich nicht verringert die geschwindigkeit verliert ein akku kannst du ok ich denke mal ich sollte erstmal die gift reinnehmen ich denke mal die brauche hier oh da geht's doch hoch hallo können wir doch reden ich kann mich da denn hin ich kann mich von hier oben runter trocken lassen Rieche ich da etwa ein neues Audio-Lock? Hallo, ich bin Mr. Scrappy. Ihre Gerüchteküche, Informations- und Audiodateiquelle. Ich werde jeder deiner Audioaufnahmen scannen und dich entsprechend belohnen. Also, was meinst du? Wenn du mir den neuesten Trash verrätst, bekommst du von mir etwas, das sogar noch besser ist. Wundert mich nicht, dass du mitmachst. Das entspricht deinem Profil. Du brauchst mir nur ab und zu deine Audioaufnahmen zur Auswertung zu bringen. Da ich gerade die Spendierhosen anhabe, kann ich dir ein paar exklusive verschollene Aufnahmen geben. Hier, die erste geht aufs Haus. Mhm. Audio-Lock. Da. Hallo, ich bin Kyle Baker. Äh, Baxter. Äh, sorry. Äh, Baxter. Äh, Baxter. Wussten Sie schon, dass sich die Anhänglichkeit von Blue Sparkle zu einem nationalen... Äh, Anhänglichkeit? Äh, von Blue Sparkle? Was zu höre ist denn die Anhänglichkeit von Blue Sparkle? Die Abhängigkeit von Blue Sparkle, Mr. Baxter. Geht klar. Da hab ich wohl den Anhang nicht gefunden. Cut! Das ist doch lachhaft. Die Krio-Antidrogen-Schniftung. Wer denkt sich denn bitte so einen Müll aus? Mr. Baxter, wir haben Sie im nicht vorausbezahlt. Haben Sie? Schön, äh, schön, äh, ja, schön. Äh, 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 muss die Kohle wieder für Blue Sparkle verballert haben. Cut! Keine Macht in Drogen? Äh, wer schreibt sowas? Geht's noch banaler? Stammt aus Ihrer Feder, Mr. Baxter. Können Sie das jetzt bitte noch einmal machen? Was? Sie wissen doch noch nicht mal, was Sie hier wollen. So können Sie mit einem Schauspieler meines Kalibers nicht umspringen. Das ist unmöglich. Kein Geld der Welt ist solche Qualen wert. Wow. Hehe. Willkommen zurück, Fremder. Also, wie wär's? Hast du Informationen für mich? Du hast weniger als zehn Audio-Logs gesammelt. Komm später noch mal vorbei. Wer weiß, was für Belohnungen ich hier am Start habe. Sekunde. Ich schaue in meinen Datenbanken nach. Schon mal von der großen Mauer von Jericho gehört? Der Gouverneur hat die errichten lassen, um die Frack einzudämmen. Zumindest offiziellen Angaben zufolge. Die meisten meiner Kunden glauben, dass man uns hier isoliert hat, um uns unter den Teppich zu kehren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was auch immer das heißen soll. Schau bald mal wieder vorbei. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Ich sag's nur einmal. Das Passwort lautet Schatzhauser. Du weißt dann schon, wo du's einsetzen musst. Schatzhauser. Dann lebe Bruder Eli. Okay. Da weiß ich nicht. Oh, was rote ist. Was ist das? Was zum... Das gehört mir. Du gibst mir das jetzt sofort zurück. Echt jetzt mal. Nicht cool. Das ist ein Andenken an meine Ex. Ich meine, was würdest du denn wohl sagen, wenn ich einfach so an deinem Arbeitsplatz aufkreuzen und alles mitgehen lassen würde, was nicht kniet- und nagelfest ist. Das war ein Zeichen unserer Liebe, weißt du? Das ist alles, was mir noch geblieben ist. Ich bin ein Wrack von einem Mann. Eine leere Hülle. Was du anfasst, musst du auch kaufen. Alles klar, dann? Oh, Drohmodul. Zieht ein Ziel zur Kampfdrohne hin. Oh, das ist auch gut. Oh, Feuer. Molotow-Cocktail-Granate. Hm. Was haben wir hier? Erhört den Schaden. Drohnschaden in der Nähe deines Ziels. Okay. Mhm. Okay. Riecht nach Schweiß. I get. Mano, ich will da hinten dieses Ding da abgreifen. Aber wie komme ich da hin? Ich kann hier drin ja nichts machen. Es gibt nämlich Tech-Scrap, wenn wir da sind. Okay. Kannst du nicht? Ein klein Meter. Ein klein Meter. Geht das nicht? Könnt ihr nicht ein bisschen? Geht bestimmt ein Trick, wie man da hinkommt. das bruder ok leute wir werden so was haben wir denn da jetzt eigentlich zum hafen da geht es zum hafen da können wir jetzt erstmal hochgehen und zum bruder gehen willkommen in unserer kleinen kapelle ich bin gerade aus dem gefängnis geflohen knallharter verbrecher was warum warst du überhaupt eingesperrt ja ich kann mich nur zu gut an diesen absturz erinnern das verdammte flugzeug ist mitten im alten hafen verdammte flugzeug ist mitten im alten hafen verdammte flugzeug ist mitten im alten hafen verdammt da muss ich bestimmt jetzt hin der funke muss dich zu mir geführt haben ich weiß was ein zufall ist und das hier ist keiner der funke das alpha und das omega der ursprung von allem das licht das für eine neue balance von mensch und maschine sorgen wird sie dich um seine energie umgibt uns wo immer wir sind gut dass du fragst ich habe eine menge probleme am hals es wird immer schwerer für unsere gefolgschaft mit bergungsgut zu versorgen alles was ich erreicht habe steht auf dem spiel und die größte gefahr lauert hier in meinen eigenen rhein da gibt es eine familienungelegenheit mein bruder little johnny war immer mit den straßen von port nixon getraut als die nanomaschinen auftauchten kamen auch die soldaten um uns zu verjagen unsere zeit war gekommen wir hatten die chance zu beweisen dass unser glaube die wahrheit ist wir siegten aber johnny's verdorbener geist konnte die droge nicht aufgeben die wir im kampf genutzt hatten um stärker zu werden loo sparkle jetzt ist er nichts weiter als ein drogen baron ein verräter an der idee des funkens jemand muss ihn zur rechenschaft sehen es dürfen nicht noch mehr unschuldige für seine sünden sterben ich würde mich ihm selbst entgegen stellen aber wenn das jemand sehen würde dann wäre die hölle los nur jemand von außen kann sich darum kümmern wunderbar ich bin froh eine so reine seele wie dich gefunden zu haben unverdorben von diesem sumpf namens jericho city mein mitarbeiter unten wird dich jetzt durch das tor zum hafen lassen erstatte mir bericht wenn du die dinge gelöst hast möge der funke dich leiten dann gehen wir jetzt nochmal ok leute wir werden schon bald auf der jagd sein ich will da nie raus los 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 los